Wenn das Leistungsschutzrecht so eingeführt wird, ist das das Ende für klare Quellennachweise in der Wikipedia. Upload-Filter bedeuten gleichzeitig das Aus für alle Bilder in der Wikipedia und sie sind auch in Wikimedia Commons gespeichert. Selbst wenn wir davon ausgenommen werden und diesen Schlag überstehen, wir wollen nicht die einzige Oase in der Wüste sein. Wir wollen, dass das Internet in sich stimmig funktioniert. Wir wollen, dass das Internet in der Wüste sein wird.